so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder stürme und heute gibt es wieder ein adventskalender video und zwar das 13 natürlichen ja gestern hatten wir das dominikaner bier drin und heute schauen wir mal heute haben wir den 13 dezember und freitag für manche einen unglückstag für manche auch nicht und immer darauf an wie man dran glaubt das 13 türchen haben wir hier und da bin ich mal gespannt was wir drin haben so auf mit dem ding ich weiß kann gibt es ja auch doppelte drin ich glaube nicht oder jetzt fliegt das wieder rein ich habe nur ein löwe gesehen kinder löwenbräu sein was ist das feinherr pilsner pilsator pilsner ja moin keine ahnung sagt mir gar nichts ob fünf prozent alkohol ja wer hat das bier schon mal gesehen irgendwo im geschäft oder so also ich noch nicht vielleicht steht doch hier drauf wo es herkommt frankfurter brauhaus gmbh frankfurt oder ja keine ahnung also ich kenne das nicht die frankfurter müssen es vielleicht kennen vielleicht ich weiß gar nicht habe ich hier frankfurter abonnenten da bin ich mal gespannt wie das schmeckt also feinherr pilsner queimes da bin ich mal gespannt wie das schmeckt also feinherr pilsner Shelter ich weiß nicht mal gucken Okay, schlecht ist es nicht. Aber auch nicht gut. Naja. Ähm, ja, 13. Türchen. Okay, ich bin mal gespannt, was im 24. Türchen ist. Also, was könnte da drin sein? Wäre auch cool, wenn irgendwie so andere Sachen drin wären, wie so ein Bierdosenkühler oder sowas. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Geben tut sowas. Hm. Naja, warten wir mal ab. 24. ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, ja. Wir kommen ja jetzt zum Wochenende mit dem dritten Advent. Ähm, ein Stream wird es dieses Wochenende leider nicht geben, weil ich nicht zu Hause bin. Äh, ja. Dann würde ich mal sagen, bis morgen zum 14. Türchen. Ähm, 14. Türchen, wo könnte das sein? Ah, ich habe es schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ihr seht es, glaube ich, nicht. Ich ziehe es mal ein bisschen weiter runter. Jetzt müssen Sie es sehen. Dann würde ich mal sagen, bis morgen. Äh, schaut noch bei Stürmeln.op vorbei. Ähm, da gibt es den Match-Text-Adventskalender. Ähm, habt einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen. Ähm, da gibt es den Match-Text-Adventskalender. 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 Ähm, da gibt es den Match-Text-Adventskalender.